Fleisch weg. Fleisch stinkt. Fleisch ist doof. Fleisch hat die Schnauze voll. Fleisch hat nen dicken Schaden. Fleisch hat so eine Knalle. So. Jo, hallo. Hallöchen. I'm back. Hallo. 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 Drück dich. Ah, nö. Doch. Ah. Bitte für die Antwort. Ne, mal hab ich den Hund dann doch gehört. Sag ich doch. Gut, weil das ein Mikro näher war. Ah, so. Alter, scheiße. Ja, Alter, Postbote. Armschweine, ey. Ach so, ach. Egal, lass die arbeiten. Lass die arbeiten, lass du, ey. Ich bin ja voll nett, ich weiß. Und ich war da jetzt kein Postboden. Bei mir ist das auch schon wie ne längste Dunkel draußen wahrscheinlich und ich hing hier immer noch unten rum. Bist du grad nicht der Einzige, ich häng grad unten auch in der Hölle wegen der Kohle noch. Okay. Okay. Kohle ist wichtig. Ja. Auch YouTube Money ist wichtig. YouTube Money. Nein. YouTube Money. YouTube Money. Nee. Ah, Kohle. Kohle, 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 Kohle. Genau, jetzt muss er erst mal Milliarden von Euro zu abdrücken, weil das GEMA geschützt ist bestimmt. Ja. Mist. Creeper. Hallo Creeper. Hi, Centus. Hi, Centus. Hi, Centus. Hallo. Hi, Centus. Die trifft natürlich durch das Loch durch. Die hat's halt drauf, die Bitch Bitch. Hallo. Yep. Aha. Bye. Trau mich hier nicht rauszugehen. Oh, armer Junge. Geh doch einfach. Boah, verdammte Spinne. Sehr erschrocken. Ja, hab ich. Haha. Der hängt irgendwo noch ne Spinne rein. So, fackel hier rein. Ähm, zip, 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 zip. Hier mal ein bisschen mehr ausleuchten, als ich weiß, wo der Durchgang wieder ist. Ach, da ist die Spinne. Äh, da war sie think. Hallo, Spinne. Oh, bist du wieder tot? Finde mir aber gar nicht leid. De, 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 de. Pfff. Oh, hi. Komm, geh hin. Bin Shailer. Ah. Lalalalalala. Hüpf, hüpf, hüpf. drehwurm holo lava ist nicht so gut noch mehr kohle habe ich dennoch kartoffeln ja ich habe noch welche hast du nicht doch nein nachher soll uns glätte der nähe weißt du du laberst nur müll na würde ich nicht machen du fack wenn ich da jetzt ein block weggehauen hätte wo die labe runter gekommen hätte mich gefreut für dich nein gut dass ich davor mich hochgebaut habe und geguckt habe tschüss 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 also macht der creeper denn was mit dem creeper los alter wackelt mit seinem kopf und sagt nein 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 wieso sagt er nein 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 der stand auf einmal so weit weg und schüttelt seinen kopf ich weiß auch nicht warum ich würd grad sagen weil du auf ihn einschlägst das weiß ich natürlich nicht das weiß ich natürlich nicht ach so lalalalalala lala lala da eben noch die kühe poppen lassen ja wixer nein nicht hier runterkommen so wie überhaupt bei lala 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 jetzt habe ich eine kuh geschlagen aber wir wollen auch kohle und so kohle und naht bis äh höchst du mal nicht und ne jetzt habe ich in der männer angeschaut ernsthaft ja ernsthaft bei vor die hüllen das war alles aus jawoll level 30 wow ist das schön viel kohle geil level 30 hier bleib ich noch ein bisschen ja cool mach ihn doch renn forest renn boah noch größer geht das hier nicht ne grad geh doch einfach in dies kack dinge rein mensch die scheiß Tür zu das kack ding kack 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 du was kannst du das verbinden der war ein schwerter kenn ich sagen wird nix fahr die Cara es kostet dass ich die beiden verbinde doch die ich auch nicht ach ich mach mal ich mach mal ich mach mal bogen oder ja ich mache ein schwert oder wie noch die ja so ist nein ich hab nur ein tier weiß ich nicht die glocken draußen das nervt voll klong klong hörst du das ein flame und unendlichkeit 1 jawoll flipp dich jawoll flame 1 und unendlichkeit hattest du da sind immer noch habe ich immer noch jawoll aber leider keine unendlichkeit drauf leisen bogen für den inderdrachen ja das ist schon mal geil naja jetzt war sowohl du doch eigentlich ja was anderes brauchst schwert oder so oder nicht ich brauche auf jeden fall ein bogen mit flame aber ich habe beides auf gut halbbarkeit ist jetzt die darauf egal scheiß drauf ich kann doch einfach ein bogen mit halbbarkeit noch drauf verzaubern also gibt bestellen ja ja es braucht nur noch flame drauf wo kam dieser verfickte creeper jetzt tot nein verdammt er hat mich so schnell das ist klar eben war hier noch kein körper mit einmal erstes wenn die scheißviecher mit an was bauen direkt da riecht jetzt hier überrechnen zweiter und gold helme das werde ich verarschen auch in mein kopf ja ich merks nachher die guten all den zombies aua alter volle mein loch eingeschwungen nehmen wir auch mal mit also genau mitnehmen wofür wir das im moment auch immer brauchen reisen darf nur für eine rüstung oder wenn du montag an die hast du da so kann die erste verwenden willst rechnen die auch ja muss ich doch muss ich doch warum die zombies weil ich doch alles hat deswegen nachher weil du da fell gemacht hast wie kann man die ja schlitzhacke benutzen sowas machen aber nicht das ist einmal mein letzten ziel ich nutze auch nur schwert ja heute noch ich habe stunden noch viel frisch auf weiß ich nicht dachte jetzt geguckt doch nicht mehr ich habe doch halbe stunde nehmen wir schon noch nee dann ist er gut ja finde ich auch ja ich habe gleich wieder erfahrungspunkte durch die kühe und kartoffeln ich habe gleich wieder erfahrungspunkte durch die kühe und kartoffeln du weißt ich habe schon wieder level 10 ist kein keine sonne da ist man finsternis oder was ja die sonne ist da aber ich sehe das scheint so ein finsternis zu sein oder wie ist das immer ja so ein finsternis jetzt mache ich meinen weg noch weiter ja den mache ich jetzt noch weiter aber wird gerade bald mittag hinter mir sehen lacht die nacht ist schon wieder hinter mir ja nicht nur du pop 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 was ist das was ist das für ein wort ja es geht schon wieder aber nicht ganz und ein nicht die tür öffnen alter die gleicher lab da wie wir uns das terraflakühe also auch gemacht mit hier ein und dann nach oben lang na ja so wie kopf gemacht natürlich so muss das sein ich brauche nur eine weizenfarbe gehen nur noch noch nicht anders oder spiel ganz oft ja was ist denn jetzt ist das jetzt für eine sonne die zombies sie brennt zum beispiel nicht keine ahnung es sind aber keine monster da komisch naja warte mal ich mach dir mal kurz raus so wie wir letztens hatten nein die sonne ist irgendwie nicht da ich hab den shader komplett rausgenommen komisch 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 ist das bestimmt jetzt ist er da komisch 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 äh warum stand ich gerade in der kiste drin wo du bist darum habe ich das denn gemacht also nicht ich auch nicht ist einfach schlechter nicht da kommen habe du nicht 3 was kostet dass ich den mit dem bogen verbinde 36 level hätte ich halber k3 flame 1 und unendlichkeit obwohl 36 level answer für den bogen ist gar nicht nur schlecht zu verbinden so teuer